Der dunkle Herrscher Minas Morgul Mit Belagerungsmaschinen und der Kraft ihrer Arme müssen die Menschen des Westens die Tore der Zitadelle zerschmettern, um das Böse darin zu bezwingen. Der dunkle Herrscher Minas Morgul zu erobern. Der dunkle Herrscher Minas Morgul Der dunkle Herrscher Minas Morgul Gut gemacht. Wir halten das andere Ufer dieses dunklen Ortes. Wir müssen die Tore von Minas Morgul mit Rammenserkmettern. Fahrt euch einen Weg über die Brücke, der die Nabthul sich sammelt. Wir dürfen unsere Ramme nicht verlieren. Erobert die Brücke! Die Brücke! Wir dürfen unsere Ramme nicht verlieren. Erobert die Brücke! Wir müssen diesen Punkt sichern! Die Brücke! 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 Zum Innenhof! Wir müssen in die Stadt! Gute Arbeit! Wir haben den Innenhof genommen und in der Stadt Fuß gefasst! In diesen Kertern werden unsere Brüder festgehalten! Wir müssen das Tor öffnen, um zu ihnen vorzustoßen! Zieht den Hebel am oberen Ende der Rampe! Zieht den Hebel am oberen Ende der Rampe! Öffnet das Kerker-Tor! Unsere Gefährten leiden! Gut gemacht! Nun, da das Kerker-Tor offen ist, sind wir den Gefangenen nahe wie nie! Vorwärts! Wir müssen die Kerker von Minas Orgut führmen! Unsere Gondorianischen Brüder befreien! Lass euch nicht aufhalten! Wir müssen unsere Brüder befreien! Wir müssen die Drone langsam schuryen befreien! Drone Max von Mästern! Drone Max von Mästern! Wir müssen die Drone gerieren! Weiter, Männer! Befreit unsere gondorianischen Freunde! Zu den Fällen! Brecht sie auf! Schnell! Es fehlen nur noch zwei Zellen! Lasst euch nicht aufhalten! Wir müssen unsere Brüder befreien! Wir müssen nur noch eine Zelle nehmen! Zu den Fällen! Brecht sie auf! An seurer Kampfverteile konnten wir unsere Verbündeten auf ihre Zellen befreien! Der Turm von Minas Morgul ist von einer liebenden Magie besehen! Wir müssen sie verlichten! Streit, Schriften! Schnell! Perflütt, Schnell! Schnell! W Jahren, und an sich! Schnell! 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 Gass! Schnell! Schnell! Der Tod muss von deiner duchenden Hexerei befreit werden. Der Tod muss von deiner duchenden Hexerei befreit werden, und der Tod muss von deiner duchenden Hexerei befreit werden. Der Tod muss von deiner duchenden Hexerei befreit werden. Der Tod muss von deiner duchenden Hexerei befreit werden, und der Tod muss von deiner duchenden Hexerei befreit werden. Der Tod muss von deiner duchenden Hexerei befreit werden. Der Tod muss von deiner duchenden Hexerei befreit werden. Der Tod muss von deiner duchenden Hexerei befreit werden. Der Tod muss von deiner duchenden Hexerei befreit werden. Der Tod muss von deiner duchenden Hexerei befreit werden. Der Tod muss von deiner duchenden Hexerei befreit werden. Das ist gut. Vorwärts, Männer von Gondor! Macht den Teufeleien des Hexenkönigs ein Ende! Die Hexenkönig ist in Ordnung, aber ich bin der. Du warst! Ich habe uns zu sagen. Aber das ist nicht duffend, sondern das Stuhl zuwehen! Die hexenkönig ist nütz! Geh raus! Zeigt keine Angst! Wir müssen den üblen Zauber brechen, der den Turm bewegt! Gekämpft machte Krieger! Alle drei Quellen der Magie sind zerstört! Macht von Minas Morgul ist gebrochen! Die Überprüfung ist noch nicht zu Ende, denn um Sauron zu bezwingen, muss der Ringträger den einen Ring, den Feuern des Schicksalsberges, übergeben.